Grüß Gott! Heute will das Videotraining nicht funktionieren. Bin auch ein bisschen müde, weil meine Mama und ich hatten heute Wachstag und ich habe ihr heute geholfen. Deswegen bin ich ein bisschen müde. Und mich juckt sie immer wegen meiner Haare. Ich habe nämlich einen Kleider und ich sitze hier nicht nackt. Nee. Ich werde den Charakter-Take machen. Getaggt worden bin ich nicht. Also ich kriege den Schluckauf schon wieder mal. Aber ich wollte den machen. Ich finde ihn interessant. Und ich glaube, ihr da draußen in der YouTube-Welt wollt ja was von mir wissen, oder? Also, glaube ich, ist der... Meine Güte, ich sollte in einen Deutschkurs gehen. Also, glaube ich, ist der Tag sehr interessant. So, fangen wir auch gleich an, sonst wird das Video wieder endlos lang und das wollen wir nicht. Nummer 1. Bist du bei fremden Personen schüchtern? Bin ich überhaupt nicht. Also, ich habe damit kein Problem jetzt mit Fremden. Also, wegen dem Weg jetzt nachzufragen oder sowas. Kann ich nicht... Also, kann ich nicht sagen, dass ich da schüchtern bin. Außer, wenn die halt nicht so freundlich rüberkommen. Kennt ihr das? Wenn ihr die anguckt und die schauen schon so grießgrämig, dann würde ich auch nicht mit denen reden, wenn sie fremd wären. Aber so... Eigentlich habe ich nicht so ein Problem damit. Nein, ich bin ein offener Mensch, was das betrifft, mit Leuten reden und so. Nummer 2. Gibst du Obdachlosen Geld? Ich habe im Februar, wo ich in dieser Schule da eine Woche als Probe gearbeitet habe, habe ich eine Frau gesehen mit einem Hund. Also, eine Obdachlose mit einem Hund. Und ich habe ihr... Also, ich bin nur an ihr vorbeigegangen. So, und dann später habe ich überlegt, bin ich auf der Ski gestehen bleiben und habe überlegt, sollst du ihr Geld geben für den Hund? Und dann bin ich nochmal zurückgegangen und habe ihr 2 Euro in die Hand drückt. Habe ihr aber gesagt, das ist für den Hund. Weil manchmal glaube ich die Obdachlosen... Ich weiß nicht, ich kenne keine Obdachlosen jetzt, aber ich glaube, die setzen sich manchmal nur mit den Hunden hin, damit sie dann das Geld einstreifen. Und das ist nicht gerade wirklich das arme Hündchen, sage ich nur. Aber so, wenn ich jetzt zum Beispiel in Floridsdorf unterwegs bin, sind ja auch viele, was dort sitzen und betteln. Nee. Mach ich nicht. Weil ich habe da mal eine schlechte Erfahrung mitgemacht. Mein Ex-Freund hat nämlich mal einen Obdachlosen einen Burger gekauft und der hat ihn am Boden geworfen mit dem Fuß wegtreten. Das ist eine wahre Geschichte. Das ist wirklich passiert. Und ich war da so schockiert, dass ich mir dann gesagt habe selber, ich gebe nie wieder jemandem, was obdachlos ist, ein Geld. Weil die sind nicht dankbar. Die kaufen, sie gehen nur irgendeinen Shit vielleicht oder sowas. Weil sonst hätte ich das ja angenommen und nicht einfach am Boden geworfen und mit dem Fuß wegkickt. Also ich würde keinen. Außer das mit dem Hund. Das war eine Ausnahme. Weil der Hund war wirklich extrem dünn. Aber sonst... Nein. Tut mir leid, mache ich nicht. Meine Haare gehen mir am Arsch. Nummer 3. Bist du vertrauenswürdig? Schon. Außer wenn man mich richtig wütend macht. Dann geht es vielleicht so weit, dass ich ein Geheimnis verrate. Wenn man mich richtig wütend macht. Also so im Streit, wisst ihr vielleicht auch, sagt man ja viele Sachen meistens, die man nicht sagen sollte. Aber ich glaube schon. So halbe halbe würde ich sagen. Nummer 4. Setzt du dich in irgendeiner Organisation ein oder spendest du Geld? Leider nicht. Durch das, dass ich... Da verschlucke ich mich gleich. Durch das, dass ich Arbeitslosengeld bekomme, was ja natürlich nicht viel ist. Ich glaube viele Arbeitslose wissen das. Geht das leider nicht. Aber wenn, würde ich auf jeden Fall in dir Heime oder so spenden oder sowas. Das würde ich schon machen. Aber jetzt zur Zeit nicht. Nummer 5. Worauf legst du in deinem Leben am meisten Wert? Naja, dass mir nichts fehlt. Dass ich äh... Also jetzt nicht, dass ich alles habe, was ich will. Das jetzt nicht. Aber dass mir halt nicht das fehlt, was ein Mensch wirklich braucht. Das ist für mich im Leben wert. Kann man das so sagen? Nummer... Warte, das ist die Frage. Nummer 6. Glaubst du, dass du gut teilen kannst? Ja, ich kann gut teilen. Aber nur wenn es die Situation erfordert und ich den Menschen noch mag. Nummer 7. Wenn du etwas verschenkst, wie sehr machst du dir darüber Gedanken, was das passende sein könnte? Wenn ich etwas schenke, dann... Passe ich auf, was die Person interessiert. Also, ich schenke schon die Sachen, die jemandem gefallen. Also, ich gehe jetzt nicht her und... äh... kaufe Ziegen dann ein paar Föderes, was mir gefällt und schenke es den anderen. Weil es könnte ja sein, dass es denjenigen nicht gefällt. Ich... Also, zum Beispiel meine Cousine wollte einmal den Green Smoke von Mac haben. Und sie hat das nicht so wollen wegen dem Preis eben. Und dann habe ich ihr ihn damals zu Weihnachten gekauft. Oder meine Freundin, die wollte dieses Mac Fix Plus haben. Und das habe ich ihr auch damals dann zu Weihnachten gekauft. Also, viele Gedanken mache ich mir nicht. Aber ich habe immer so manchmal eine Ahnung, was die haben wollen. Außer bei meinem Vater und bei meinem Bruder. Da ist es schon ein bisschen schwerer, da was zu finden, was man schenken könnte. Okay, bei meinem Bruder eher weniger. Wenn es etwas mit Videospielen zu tun hat, ist das schon gut. Nummer 8. Gibst du bei Streitigkeiten problemlos auf oder musst du eher das letzte Wort haben? Hm... Das letzte Wort haben ist schon mal nicht schlecht, würde ich sagen. Nein, das war ein Scherz. Es kommt, glaube ich, auf die Situation an. Widerstreit. Also, um was es gerade geht. Also, wenn ich weiß, ich habe Recht und alle anderen rundherum wissen, ich habe Recht. Und derjenige sagt aber nein, dann könnte ich explodieren. Dann muss ich einfach das letzte Wort haben. Aber wenn es jetzt so Kleinigkeiten sind, dann gebe ich manchmal schon nach und denke mir, okay, dann nicht. Dann lass bleiben. Also, bei mir ist es so halb, halb. Kommt drauf an, um welches Problem es sich handelt, sagen wir es mal so. Ja. Nummer 9. Bist du ein kreativer Mensch mit vielen Ideen? Ehrlich gesagt nein. Nein. Ich wünschte, ich wäre so kreativ wie manche auf YouTube. Wenn ich mir manchmal schaue, was die alle schminken oder so, dann... Pfff... Ich bin leider viel zu... Unkreativ kann man da sagen. Keine Ahnung. Also, ich wünschte, ich wäre mehr... Ich hätte eine größere Kreativität, sagen wir es so. Aber habe ich leider nicht. Nummer 10. Interessierst du dich zum Beispiel für Kunst oder andere Kulturen? Also, für Kunst eher weniger. Aber für andere Kulturen sehr. Weil ich habe ja auch hin und wieder... Ich habe ein paar ausländische Freundinnen. Zum Beispiel eine ist aus... Eine ist Kurdi. Und die andere ist aus Kosovo. Und die Arten, wie die... Also, mich interessiert meistens immer das, was sie essen. Weil die... Die kurdische Freundin hat mich letztes Mal zum Essen eingeladen und wir haben am Boden... Also, jetzt nicht, dass wir vom Boden gegessen haben, Sondern, äh, da... So ein Tischtuch am Boden und dann das Essen draufgestellt. Weil in... In Kurden... Bei den... Ich kann mich drehen. Meine Güte. Ich könnte explodieren. In... Bei den Kurden ist es normal, dass sie... In der Hocker sitzen und am Boden... Das... Ich wisch schon. Ich... Könnte sich ja schon ahnen. Und das habe ich ja früher sowieso immer gemacht, wie ich noch zu Hause gelebt habe. Ja, da war ich immer im Zimmer und habe am Boden... Nicht vom Boden gegessen, sondern... Ich wüsste glaube ich ja, was ich meine. Und die Freundinnen aus Kosovo und die von Kurdisch sind es da... Die machen immer etwas in Mengen. Wenn... Wenn Besuch kommt... Oder die Polnischen sind glaube ich auch so. Wenn Besuch kommt, wird alles in Mengen gekocht. Und das finde ich sehr interessant. Also, ich würde eher sagen für Kulturen. Für Kunst eher weniger. Nummer 11. Bist du spontan oder überfordern dich ungeplante Situationen? Lesen muss gelernt sein. Aber... Ähm... Ich bin eher spontan. Weil gestern zum Beispiel... War ich äh... Nägeln machen. Und meine Freundin hat zwei Kinder. Und ich habe sie angeschrieben, ob sie vielleicht spontanerweise Lust hat mit mir mitzufahren. Und die Kamera ist ausgegangen. Ja, ja, ja. Und sie hat dann... Äh... Spontan ja gesagt. Hm. So. Also, ich bin sehr spontan. Ich plane nicht so gerne im Voraus. Das macht dann immer alles kaputt und es läuft dann sowieso nicht so, wie soll. Also, bleh. Brauche ich nicht. Okay. Nummer 12. Worüber denkst du am meisten nach? Über Aufgebraucht-Videos. Und übers Aufbrauchen generell. Wenn ich... Also... Ähm... Die Sachen, die ich täglich benutze, dann gucke ich immer, wie weit waren sie in dem Video. Und wie weit waren sie in dem Video. Und dann vergleiche ich das ein bisschen. Denk mir, hm, jetzt habe ich ihn schon länger benutzt und da hat das ein Blödsinn. Ich weiß, das ist total dämlich, wenn man über sowas nachdenkt. Aber... Ja. Über das denke ich jetzt in letzter Zeit am meisten nach. Und die letzte Frage, die Nummer 13. Hast du Ängste? Ja, das wisst ihr glaube ich ja eh schon. Jemanden im Umkreis zu verlieren. In der Familie. Nicht jedes Familienmitglied, aber bestimmte Familienmitglieder. Und... Ja. Freunde. Zum Beispiel. Ihr wisst glaube ich schon. Die habe ich ja eh auch schon einmal beantwortet, die Frage. Also wäre das doof, jetzt das nochmal zu beantworten. Also das wisst ihr schon. Zu sterben selber oder wenn Leute in meinem Umfeld sterben. So. Ja. Gerade vor dem Schluss muss ich mir die Kamera rausgehen. So eine Schande aber auch. Okay. Das war jetzt das Video. Mich nerven da meine Haare, weil da ist die Schleife und die Haare wickeln sich da immer drum. Das macht mich irre. Wirklich wahr. Okay. Ich werde jetzt wieder ein paar Videos vordringen, aber das kennt ihr ja eh schon von mir. Also sehen wir sich im nächsten Video. Vielleicht kriege ich in dem auch meine Haare unter Kontrolle. Also bis dann. Tschüss.